Lust auf Musik und Podcasts aus aller Welt? Mit einem Internetradio kein Problem. Ins Netz geht es bequem per WLAN, Unterschiede gibt es beim Klang. Wir zeigen Ihnen die derzeit besten Internetradios am Markt. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Catrain DAB Plus 200 Ultimate. Ein Stereo-Synch-Eingang wäre noch schön gewesen, aber ansonsten scheint das Radio Catrain DAB Plus 200 Ultimate im Grunde komplett ausgestattet zu sein. Vom UKW-Radio und dem CD-Spieler bis hin zu diversen Streaming-Funktionen und der großen Auswahl an digitalen Radioprogrammen via Antenne oder Internet lässt sich alles abspielen. Dazu kann natürlich auch das Smartphone per Bluetooth genutzt werden. Interessant sind die Aufnahmefunktionen. SD-Karten-Slot und USB-Anschluss können sowohl zum Abspielen als auch zur Aufnahme der Inhalte einer CD oder des Radioprogramms genutzt werden. Die Anschlüsse erlauben die Einbindung zusätzlicher Geräte. Zudem gibt es einen Kopfhöreranschluss und einen digitalen Ausgang, um das Radio auch an einer großen Anlage mit höchster Übertragungsqualität zu nutzen. Nur das kleine Display wirkt etwas zu sparsam, zumal ausreichend Platz für ein größeres gewesen wäre. Auch die Preisempfehlung von knapp unter 1.000 Euro klingt in jedem Fall hoch, wobei die technische Ausstattung mindestens beeindruckend ist. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Löwe Klang S3. Reduziert, stilvoll, elegant, ein echter Augenschmeichler. Durchweg stimmig findet der Redakteur von light-magazin.de das Design des Klang S3, dem Löwe ein sanft gerundetes Gehäuse aus massivem Aluminium, eine schicke Frontbespannung aus Textil, ein bündig eingelassenes Farbdisplay und nicht minder hochwertige Bedienelemente spendiert hat. Selbst die Fernbedienung wirkt sehr edel. An Wiedergabemöglichkeiten scheitert es auch nicht. Zur Auswahl stehen analoge und digitale Radiosender, CDs, MP3-Dateien vom USB-Speicher, Musik von einer Bluetooth-Quelle, Podcasts, Web-Radio und Streaming-Dienste. Volles Programm also, dennoch bleibt das Designstück einfach bedienbar. Im abschließenden Hörtest kann Löwe erneut auftrumpfen, dass es 3 klingt glasklar und eher warm abgestimmt. Es begeistert mit kräftigen Bässen, toller Dynamik und einer erstaunlich breiten Bühne. In Summe, so urteilt man im Test, würde das den hohen Preis von 679 Euro rechtfertigen. Der nächste Product in unserer Liste ist Sonoro Audio Primus. Wer kann, der kann, in dem edlen 45 x 25,8 x 15,5 cm BXTXH, großen Gehäuse steckt allerhanden Technik für einen optimalen Klang. Zum Hochton-Chassis, das bei Mitteltönen mittig sitzt, Koaxialtreiber, kommt ein unterseitig integriertes Bass-Chassis, 13 cm, für satten Tiefton. Klanglich überzeugt das Digitalradio im Test des Magazins Audiovision. Begeistert ist man von dem sehr guten Stereoklang, den der Tester als einen detailreichen, plastischen und erstaunlich raumfüllenden Klang bezeichnet. Insgesamt wirkt die Soundqualität rund und bespielt Zimmer bis zu einer Größe von 25 Quadratmetern gut. Leichte Kritik gibt es an den mittleren Tönen, die unter anderem etwas hervorstechen. Unentschlossenen stellt das Zweiwege-Radio eine umfassende Wiedergabeauswahl zur Verfügung. UKW, DAB+, WLAN, AUX-N, optischer Eingang und ein USB-Port stehen für die Übertragung von Audioformaten bereit, wobei der USB-Anschluss auch als Ladestation für Ihre mobilen Geräte nutzbar ist. Reicht Ihnen das noch nicht aus, können Sie auf die eingebundenen Streaming-Dienste wie etwa Amazon Music oder Napster zugreifen. Sehr schön übrigens, Ihre Kopfhörer verbinden Sie entweder per Bluetooth oder über den verbauten Klinkenanschluss mit dem Radio. Fazit, ein sehr gutes Radio, das mit vielen Anschlüssen, einer guten Klangqualität und einer sauberen Verarbeitung punktet. Der nächste Produkt ist Teufel Radio 360. Diese Idee kam schon vor Jahren gut an, ohne viel Aufwand Audio-Content verschiedenster Formate aus der Luft, dem Internet, aus lokalen Netzwerken sowie über gekoppelte Bluetooth-Devices und USB-Speichermedien beziehen und unmittelbar mit einem sehr heutig designten, kompakten Gerät in bester Teufel-Qualität wiedergeben können, eingerahmt von schlafzimmertauglichen Weckuhrfunktionen. Auch die neue Modellversion liefert lieber feinste, von einem integrierten Downfire-Subwoofer unterfütterte, starke Monoklänge als mittelmäßigen Stereo-Sound. Letzterer ist auf befriedigenderem Niveau zu diesem, für qualitätswarefreundlichen Preis wohl nicht drin. Allerdings sind digitale DAB Plus und analoge UKW-Rundfunkprogramme, freie Web-Radios und beliebte Musik-Streaming-Dienste nun in größerem Umfang Alexa sprachsteuerbar, weiter möglich die ergänzende Verknüpfung mit Google Home. Und zusätzlich zur eigenen Steuerungs-App gibt es jetzt eine Hardware-Fernbedienung. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Technisa Digit Radio 3Ear. Mit dem Digit Radio 3Ear kommt ein Multitalent ins Haus. Das Gerät empfängt DAB Plus und UKW-Sender, streamt Radioprogramme, Podcasts und Musik aus dem Internet, spielt Audio- und MP3-CDs, wirft einen AUX-Eingang, einen USB-Port zur MP3-Wiedergabe und obendrein Bluetooth in die Waagschale. Ins Netz wird der Allrounder ganz klassisch durch Passworteingabe oder mittels WPS-Taste eingebunden, beides funktioniert laut Satvision einwandfrei. Auch die tägliche Steuerung geht leicht von der Hand, vor allem mit der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung. Wer bequem nach Websendern und Podcasts suchen will, nutzt die Technisaed App Connect. Akustisch setzt das Radio zum Höhenflug an, im Soundcheck ist die Rede von einem äußerst klaren, unverzerrten Klangbild mit detaillierten Höhen und präsenten Mitten. Erstaunlich auch der Bassbereich, den die Redaktion als beeindruckend tief und wuchtig beschreibt. Die geforderte Summe, derzeit werden 250 Euro fällig, ist somit vollkommen angemessen. Der nächste Produkt ist Hamadir 355BT. Mit dem Zugang vom WLAN stehen zusätzliche Möglichkeiten bereit. Neben dem Empfang via UKW und DAB Plus können Sie so auf ein fast unüberschaubares Angebot an Radioprogrammen über Internet zugreifen. Damit das dennoch recht übersichtlich gelingt, kann neben dem Farbdisplay auch das Smartphone für die Steuerung eingesetzt werden. Die verwendete Undock-App wird von einer ganzen Reihe von Geräten unterstützt. Durch die spezielle Konstruktion als Unterbauradion nimmt es in der Küche eine Arbeitsfläche in Anspruch. Auch das Fehlen weiterer Anschlüsse wie USB- oder SD-Karten-Slot ist in der Küche zu verzeihen. Immerhin sorgt Bluetooth für weitere Abspielmöglichkeiten. Nur der Preis wirkt recht hoch, da etwa das Albrecht Dr. 884 in normaler Bauform nur 100 Euro kostet. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Technisat Digitradio 371 CD-Ear. Für rund 170 Euro erweist sich das Technisat Digitradio 371 CD-Ear als Multitalent. Sie bekommen die komplette Armada an Musikwiedergabeoptionen, angefangen von Tonern für UKW und DAB Plus Radio über ein MP3-fähiges CD-Laufwerk bis hin zu Bluetooth und WLAN zur Netzwerkeinbindung. Abgerundet wird das Paket von einer AUX und einer USB-Buchse, wobei letztere als Powerbank dient, zum Beispiel für Smartphone. Steuern lässt sich die Anlage über eine gut strukturierte Fernbedienung inklusive 10 Direktwahltasten für gespeicherte Sender, alternativ können Sie das Ganze auch über eine App namens Technisat Connect erledigen. Zum Klang wiederum gibt es bisher noch kein Feedback. Rein formal klingt die Power des Stereoboxensets mit 10 Watt jedoch eher überschaubar, außerdem stehen zur Soundanpassung lediglich vordefinierte Presets, aber kein frei programmierbarer Equalizer bereit. Fazit, die Ausstattung stimmt, die Qualität im Praxiseinsatz muss sich noch zeigen. Der nächste Product ist Löwe Klang S1. Dass der in zwei Farbversionen erhältliche, kompakte Stereo-Audio-Entertainer fantastisch klingen muss sieht man ihm eigentlich sofort an. Weltberühmt die Designtradition, welche die Gehäusegestalter gefolgt sind. Zu deren Philosophie es gehört, jenes Leistungsversprechen einzuhalten, das quasi via Ästhetik abgegeben wird. Was mit der, auch über Haptik vermittelten, Fertigungsqualität anfängt, die tatsächlich begeistert. Bei der Bedienung helfen das sehr hübsche Display und eine spezielle Löwe-Radio-App. Die integrierten Lautsprecher und die Verstärkerebene bringen analogen und digitalen Rundfunk-Content, Streaming-Dienste wie Spotify und die zahlreichen freien Internet-Radio-Programme unglaublich gut rüber, per Bluetooth sind Inhalte beispielsweise vom Smartphone aus transferierbar. Teures Produkt dafür, dass man typische Audiosystem-Funktionalitäten und Schnittstellen zwecks Minimalismus weggelassen oder beschränkt hat, für Kenner dennoch wahnsinnig verlockend. Der nächste Product ist gründig DTR 7000. Einen großen Spielraum für die Wiedergabe ihrer Musik und ein sauberer Klang sind nur zwei Punkte, mit denen das Mittelklasse-Radio von gründig punktet. Im Test von Digitalfernsehen überzeugt die Soundqualität mit einem anständigen Volumen. Zusätzlich verbessert ein integrierter Equalizer den Klang der Musikwiedergabe, sie haben Zugriff auf acht bereits voreingestellte Modi. Für den Empfang von Radiosendern stehen ihnen Internetradio, Depp und OKW zur Verfügung. Unerfreulich dabei, um über das entsprechende Signalprogramme zu empfangen, müssen sie den Modus auswählen, sie können also nicht zwischen den einzelnen Empfangsarten und Sendern hin und her springen. Dafür bietet ihnen das Radio ein LCD-Display mit Farbausgabe, das ihnen je nach Wiedergabetitel, zusätzliche Informationen oder Alpencover anzeigt. Sehr angenehm, neben dem Radio steht ihnen die Wiedergabe per CD, USB oder Streaming-Anbieter offen. Problematisch ist hier jedoch, dass einige Anschlüsse wie beispielsweise der USB-Port an der Rückseite des Digitalradios angebracht sind. Sie sollten daher darauf achten, das Gerät nicht zu nahe an die Wand zu stellen, um leichter an die Ausgänge zu gelangen. Für eine leichte Handhabung stehen ihnen neben acht Knöpfen eine Fernbedienung zur Verfügung. Einziger Wermutstropfen, Aufnahmen können sie mit dem Radio nicht machen. Wer darauf verzichten kann, bekommt für etwa 180 Euro ein Digitalradio, das viele Optionen für die Wiedergabe ihrer Lieblingsmusik bereitstellt und mit gutem Sound punktet. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Perfect Pro Rock Pro 2020. Das Perfect Pro Rock Pro 2020 empfängt digitale und analoge Radioprogramme. Außerdem kann es mit dem Smartphone zum Streamen von Internetradiosendungen oder der gespeicherten Lieblingsmusik verbunden werden. Es hat sogar einen Audioeingang, der zum Beispiel zum Anschluss eines Plattenspielers genutzt werden kann. Das Radio kommt dank eines integrierten Akkus ohne Steckdose in der Nähe aus, kann als Powerbank verwendet werden und dient auch als Freisprechanlage für Anrufe. Laut Hersteller soll die Akkulaufzeit für einen Arbeitstag ausreichen. Das Gehäuse ist staub- und wasserdicht sowie stoßfest. Ob so viel Leistung für ein Baustellenradio wirklich nötig ist, entscheidet der Anspruch des Kunden, der immerhin einen dreistelligen Betrag dafür hinlegen muss. Undefined